Hallo liebe schwarze, weiße, lesbische, schwule, Menschen mit Behinderung, grüne, gelbe, diverse, transgender und alle hier im Rhein-Main-Gebiet, die gerne glücklich und erfolgreich zusammenarbeiten wollen. Im Rahmen der Webweek 19 findet am Freitag, den 8. November im Tech-Quartier der Diversity Day statt. Ja, und wir haben da wahnsinnig tolle Keynote-Speeches, wir haben ganz viele aktive Communities dort, die sich sehr engagieren auf dem Gebiet, Digital Media Women, Women Techmakers, Jam, Panda, Global Digital Women und wie sie alle heißen und auch am Ende ein großartiges Panel. Wir rufen euch dazu auf, unterstützt uns noch dieses wichtige und wertvolle Thema weiter zu pushen und ja, wir suchen noch einen Sponsor auch für dieses Event, der das Catering übernimmt und ihr habt auch die Möglichkeit bei Eventbrite Tickets zu buchen, die uns auch ein bisschen unterstützen, weil dieses Thema liegt uns sehr am Herzen und wir wollen einfach für euch alle dort was ganz Tolles auf die Beine stellen. Dankeschön und wir sehen uns am 8.11.